Wir befinden uns hier in der Starface Windows App für Starface 8. Und wir beantworten jetzt die Frage, wie können wir eine Voicemail-Ansage für unsere persönliche Rufnummer bei Nicht- Erreichbarkeit aufnehmen. Am schnellsten geht das über die Einstellungen, da klicken wir auf Umleitungen und finden dort den Punkt Voicemail-Ansage. Wir klicken auf Aufnehmen und es öffnet sich ein Anruf im Call-Manager. Hier folgen wir dem Sprachmenü. Die einzelnen Tasten sind hier unten aufgelistet. Um Ziffern eingeben zu können, klicken wir auf Extras und klappen dann den Ziffernblock aus. Dann drücken wir die Zahlenfolge 0, um in die Voicemail-Option zu gelangen. 1, um die Ansage aufzuzeichnen. Dazu sprechen wir nach Aufforderung die Ansage in unser Headset oder angeschlossenes Telefon und drücken danach die Raute-Taste. Um die Ansage abzuspeichern, drücken wir die 1. Danach können wir auflegen und klicken hier auf Speichern. Wenn wir dann eine Umleitung setzen, hört der nächste Anrufer die aufgenommene Ansage unserer Mailbox. Genauso können wir auch eine Ansage bei Besetzt aufnehmen. Dazu würden wir wieder dem Sprachmenü folgen und die entsprechende Taste drücken. Das war es soweit zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.